Am 19. November 2020 ehrt sich der 50. Todesgedenktag von Dondolindo Ruotolo, einem neapolitanischen Priester, der im Jahre 1970 im Rufe der Heiligkeit starb. Der Priester Dondolindo Ruotolo widmete seine ganze Existenz Gott, indem er sich ganz und gar bis aufs Letzte für das Heil und Wohl der Seelen hingab. Er rief ein großes und wertvolles Schriftenapostolat ins Leben, das seine eigenen Schriften enthält und die reich an christlicher Lehre und Frömmigkeit sind. Heute werden seine Werke von der Vereinigung Casa Mariana Editrice behandelt und herausgegeben. Dondolinos Schriften sind sehr zahlreich. Bedeutenswert ist sein Kommentar zur gesamten Heiligen Schrift, ein Werk, das von großen Bibliisten und Exegeten auf der ganzen Welt geschätzt wird. Sehr berühmt und hochgeschätzt ist sein Gebet vertrauensvolle Hingabe, das sehr heilwirkend für die Seelen ist und weit verbreitet und in vielen Sprachen übersetzt wurde. Dondolindos Apostolat erstreckt sich aber auch auf das Gebiet der Musik. Er komponierte tatsächlich zahlreiche Lieder, die beinahe leider unbekannt geblieben sind. Um die Figur dieses heiligen Priesters besser kennenzulernen und um seine Schriften und musikalischen Werke mehr zu schätzen und zu würdigen, organisiert das Radio Bon Concilio eine internationale Gebetsinitiative. Vom 10. bis zum 19. November 2020 übertragen wir jeden Tag um 19 Uhr eine Gebetsstunde vor dem Allerheiligsten Altarsakrament, das feierlich ausgesetzt wird. In dieser Gebetsstunde wird der Heilige Rosenkranz in verschiedenen Sprachen, nämlich in Italienisch, Englisch, Polnisch, Deutsch und Portugiesisch gebetet. Außerdem werden während dieser Stunde auch einige biografische Hinweise über Dondolindo gegeben, Betrachtungen aus seinen Schriften vorgelesen und zudem Lieder gesungen, die er selbst geschrieben und komponiert hat. Um diesen Gebetsmoment live zu verfolgen und die Figur dieses heiligen Priesters, wie ihn der heilige Pio von Peter El Cina genannt hatte, besser kennenzulernen, können Sie über den YouTube-Kanal von Radio Bon Concilio eine Verbindung herstellen. Auf diese Weise können Sie die Kapelle der Schwestern von Radio Bon Concilio virtuell betreten und diesen Moment des Gebets und der Betrachtung gemeinsam mit Ihnen verbringen. Um weitere Informationen über diese Initiative zu erhalten, schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht an die folgende Nummer 0039 0825 444 391 Wir warten auf dich. Ave Maria.